Aloha und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was bisher geschah. Im heutigen Video gehen wir wieder auf die Ereignisse der letzten Tage rund um WoW Classic ein. Wenn euch unser Content gefällt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr keines unserer Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert zudem die Benachrichtigung per Glocke. Lasst uns doch direkt loslegen. In der vergangenen Woche gab es einen Post auf Reddit, in welcher einen Raiders 40 Druiden vor dem besiegten Ragnaros standen. Kurz darauf kam ein ähnlicher Post nur mit 14 Paladinen und nach etwas Recherches wird doch tatsächlich auf eine Gruppe Schamanen gestoßen, welche ebenso den Mordenkorps geklärt hat. Aber warum ist das Ganze jetzt so nennenswert? Naja, wie wir alle wissen, können alle drei Klassen zwar Tank Dedeon Heiler abdecken, aber halt auch nur zu einem bestimmten Grad. Die beiden besten Beispiele sind hier der Tank Paladin und vor allem der Schamanentank. Zwar kann der Tankadin einigermaßen gut seinen Job machen, aber ohne echten Spot gilt auch eher in der Regel als Meme-Spec. Ganz zu schweigen vom Shami-Tank. Blizzard hatte zwar in der Vergangenheit einmal eben jenen angedacht gehabt, ihn aber dann doch nicht so wirklich ins Spiel mit implementiert. Wie wir aber sehen können, ist es definitiv möglich. Dicke Skizzeiter an dieser Stelle an die drei Raids und wie immer findet ihr die Links hierzu in der Beschreibung. Wenn wir gerade noch bei MC sind, habt ihr schon vom Streamer S-Fan gehört und seinen drei Legendary Drops? Beide Fesseln und das Auge von Sephoras. Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Ich mein, schaut euch das Ganze mal an. Kommen wir vom Glück zu Skill oder auch übertriebenem Min-Maxing. Der Spieler Axon hat mal wieder gezeigt, was alles mit einem Level 10er Schurken und enorm viel Ausweichwertung möglich ist. Nachdem er im April den Amp-Boss der Todesmin gelegt hat, hat er sich diesmal einen Level 60er zur Brust genommen. Das Problem hier war nur, Axon war mit 184 Beweglichkeit und den daraus resultierenden 117 Ausweichen einfach nicht angreifbar. Weder Outer zeigt noch Skills konnten dem kleinen Schurken etwas anhaben. Ohne Fremdheilung lag auch zugleich der erste Gegner im Dreck. Video dazu verlinken wir euch natürlich. Weiter geht's mit einer langersehenden Nachricht. Am 28. Juli bzw. zur neuen ID am 29. Juli wird auf die europäischen Server der Patch für Phase 5 aufgespielt. Dann beginnt das große Event rund um die Öffnung der Tore von Ankirai. Je nachdem wie gut organisiert euer Server und wie ambitioniert einzelne Spieler sind, werden sich die beiden neuen Raids innerhalb weniger Wochen öffnen. Alle Informationen rund um die Öffnung, die neuen Raids und Fraktionen inklusive Rezepte sowie alles andere, was mit P5 neuem Spiel implementiert wird, findet ihr in unseren dazugehörigen Videos. Auch hier wie immer Links in der Beschreibung. Wenn wir jetzt noch fix die Timeline der Vanilla-Veröffentlichungen und auch den bereits entstandenen Vorsprung dazu in Betracht ziehen, können wir mit Phase 6 und Naxxramas zu Beginn des neuen Jahres 2021 rechnen. Das Ganze entspricht natürlich nur unserer Theorie, wobei wir mit dem 10.8. für Ankirai bis auf zwei Wochen gar nicht mal so schlecht gelegen haben. Kleine Notizen noch am Rande. Falls ihr euch vollgepackt mit Mats für den Scarabeus-Lord auf einen nicht so vollen Server transferieren wollt, Blizzard hat eine 90-Tage-Sperre für frisch transferierte Charaktere gesetzt. Ihr könnt zwar alle Quests machen, bekommt aber weder Titel noch Mount dafür. Leider gibt es diese Woche nicht nur Positives in der WoW-Community zu berichten. Die mitbekannteste WoW-Gilde Method bzw. die Organisation dahinter steht kurz vor der Auflösung. Nachdem in den letzten Tagen immer mehr Anschuldigungen gegen einige Mitglieder zutage kamen und Method diese anstelle zu unterbinden oder sich von denjenigen zu distanzieren angeblich über Jahre gedeckt hat, trennen sich immer mehr Sponsoren und Partner von der Organisation. Angefangen hat das Ganze mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung des Spielers Josh vor Jahren und nun kommen immer mehr Details wie eben die Deckung dieser Handlung von Method und weitere Vorwürfe des unsinnlichen Verhaltens von Spielern an Fans ans Licht. Inzwischen haben sich Mitglieder wie die Streamer S-Fant, Tipsout und Payo von Method distanziert. Ebenso wie deren langjährige Geschäftsführerin Shana Derry-Roberts. Ob und wie Method bestehen bleibt, lässt sich aktuell nicht sagen und ist sehr schwer vorhersehbar. Zum Schluss müssen wir euch leider noch vom frühzeitigen Ableben einer WoW-Legende berichten. Der Streamer Byron Ragful Bernstein war unter anderem dafür bekannt, als erstes die 3000 Arena-Punkte-Marke geknackt zu haben, sechsmal hintereinander Platz 1 in der PvP-Season geworden zu sein und 2010 das Major League Gaming WoW-Turnier gewonnen zu haben. Am 2. Juli wurde er von seinem Mitbewohner Leblos in seinem Zimmer gefunden. Die Ursache hierzu ist noch nicht offiziell, allerdings wird von Seppson ausgegangen. Danke für alles, was du für die WoW-Community über die Jahre hinweg getan hast. Mögest du in Frieden ruhen. Nach dieser Nachricht kam es auf etlichen Servern zu Gedenkveranstaltungen. Wir lassen die Bilder hier einmal kurz für sich sprechen. Es ist schwer, über solche Vorfälle zu berichten. Da Ragful aber einer der Großen in der WoW-Community war, wollten wir euch das einfach nicht vorenthalten. Solltet ihr selbst in solch einer Situation stecken oder jemanden kennen, welcher Hilfe benötigt, zögert nicht und sucht die dementsprechenden Institutionen auf. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Solltet ihr Fragen hierzu haben, lasst uns gerne einen Kommentar da oder schaut montags und mittwochs bei uns im Stream vorbei. Hier beantworten wir euch gerne alle Fragen rund um WoW Classic und eigentlich auch über alles andere. Bis zum nächsten Mal. Ach und ich möge genügend Mannertränke dabei haben, man weiß ja nie.